Ich habe mich gelangweilt im Gebet und beten war für mich eine Pflichtübung. Und in dem Moment, wo Kommunikation mit meinem Schöpfer, mit meinem göttlichen Gegenüber, langweilig wird, zur Pflichtübung wird, das ist wie eine Kommunikation in einer Partnerschaft. Wenn das nur noch langweilig und Pflicht ist, läuft was schief. Als gläubige Menschen ist es uns eigentlich selbstverständlich. Beten, das wissen wir, wie das geht. Wenn man aber mal mit anderen darüber ins Gespräch kommt, wird man schnell bemerken, dass es neben vielen Gemeinsamkeiten auch erhebliche Unterschiede gibt. Da gibt es Meditationen, Tagesrückblicke, Gebetsrituale oder Gemeinschaftsgebete. Dann ist man schnell bei der Frage, was das Gebet denn nun eigentlich ist. Unser heutiger Gast hat sich damit ein wenig ausführlicher beschäftigt. Er hatte sich vorgenommen, innerhalb von einem Jahr 50 verschiedene Formen des Betens auszuprobieren. Was dabei herausgekommen ist, erzählt er uns heute. Herzlich willkommen, Klaus Douglas. Grüß Gott, Herr Sebelin. In diesem einen Jahr sind Sie dem ein bisschen näher gekommen, was das Gebet denn nun eigentlich ist. Ja, also was Gebet ist, wusste ich eigentlich schon vorher. Das ist Kommunikation mit Gott. Aber diese Kommunikation war in meinem Leben etwas verengt, um es mal vorsichtig zu sein. Welcher Hinsicht? Das ist wie wenn man verheiratet ist und eigentlich immer nur sagen kann, bitte reich mir bitte mal das Salz oder könntest du die Kinder ins Bett bringen oder so. Also auf Bitten, auf Danken, auf so die üblichen Gebetsformen verengt. Das heißt, es hatte sich eingespielt und... Genau. Und wenn man dann morgens aufsteht und betet, heißt es letzten Endes, lieber Gott, dasselbe wie gestern. Amen. Und das schien mir unbefriedigend, weil ich glaube, dass Kommunikation sehr viel breiter ist als diese eingespurten Formen, die ich mir irgendwie im Laufe des Lebens angeeignet oder angewöhnt hatte. Und da wollte ich einfach den Rahmen etwas erweitern, die Spannbreite breiter machen. Das schauen wir uns gleich mal genauer an, denn 50 Formen, ich weiß nicht, ob wir die alle auf die Reihe bekommen, aber vielleicht kann man die ja auch in Gattungen oder Ähnliches setzen. Aber zunächst mal die Frage, Sie sagen ja, dass Beten ein Grundbedürfnis des Menschen ist. Das habe ich in Ihrem Buch wohl so gefunden. Das wiederum würde ja heißen, dass jeder Mensch das Bedürfnis zum Beten hat. Das ist eine feste Überzeugung von mir. Die ist umstritten, das gebe ich zu. Aber die Alten haben gesagt, Beten ist das Atemholen der Seele. Und wenn ich Gebetsseminare mache, seit dem Buch biete ich solche Seminare häufig an oder werde häufig angefragt, sage ich, wir machen mal einen kleinen Test. Wir hören jetzt mal ein paar Minuten auf zu atmen und Sie sagen mir anschließend, was Ihnen leichter fällt, zu atmen oder nicht zu atmen. Dann lachen immer alle schon. Und wenn das Beten wirklich Atemholen der Seele ist, dann müsste es uns ja eigentlich leichter fallen zu beten als nicht zu beten. Und das war die Spur, die ich versucht habe zu verfolgen. Wenn es so ist und wenn es nicht so ist. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die nicht beten. Sie haben ja eben gesagt, es gibt viele Einwände natürlich. Aber den muss man natürlich dann auch erheben. Denn es gibt ja nun Leute, die nicht beten und das auch ihr Leben lang nicht tun. Wohingegen andere Grundbedürfnisse überhaupt gar nicht geleugnet werden können, weil man sonst natürlich sonst tot umkippt, wenn ich nicht schlafe, wenn ich nicht esse. Oder ähnliches. Also nochmal, wie kommen Sie darauf? Der Mensch ist erstmal dialogisch angelegt. Und wenn er nicht mit Gott redet, redet er mit sich selbst oder wie auch immer. Also wir sind in einem permanenten Selbstgespräch befangen. Ich sage das manchmal so und Leute schauen mich an. Aber ich glaube, das geht nicht nur mir so. Dass man die ganze Zeit sagt, Mensch, das hast du jetzt gut gemacht oder das hast du jetzt nicht so gut gemacht. Und jetzt machen wir mal das und das. Im Grunde genommen sind wir dialogische Wesen. Und das ist in sich selber vergründet. Ich habe auch nichts dagegen, wenn Menschen sich mit sich selber unterhalten. Aber ich glaube, dass wir angelegt sind auf ein größeres Gegenüber. Das Leben in diesem Dialog mit Gott ist meiner Meinung nach ein erfüllteres Leben, als wenn man immer nur mit sich selber kommuniziert. Davon kommen ja überzeugt zu sein. Aber heißt das vielleicht auch, dass diejenigen, die dieses... Also sagen wir mal, Sie hätten recht, das wäre ein Grundbedürfnis. Heißt das, diejenigen, die es nicht verspüren, die sind blind dafür oder taub dafür oder lassen es nicht zu oder unterdrücken es oder die müssen noch geweckt werden. Was ist mit denen? Sie wissen nicht die Adresse. Aber dass Sie in einen Dialog treten wollen, das ist da. Sie wissen nicht, mit wem Sie in diesen Dialog treten wollen. Oder Teil des Gebets ist auch, dass man sich hingebt. Ich glaube, dass jeder Mensch die Sehnsucht hat, sich etwas Größerem hinzugeben. Die Adresse dessen, wo wir uns hingeben, einer Ideologie, an den krassen Egoismus, an andere Menschen, an was weiß ich, diese Stelle ist frei. Und wenn wir Augustin zur Grundlage nehmen, die Bekenntnisse, du hast uns zu dir hingeschaffen, Gott, unser Herz ist unruhig, bis es Friede findet in dir oder Ruhe findet in dir, es ist die Frage, wem wir uns hingeben, damit unser Leben erfüllt ist. Und auch da, glaube ich, ist eine Konstante, die durch alle Menschen hindurch geht. Sie wissen nicht, an wen Sie sich hingeben wollen. Sie wissen nicht, mit wem Sie in den Dialog treten wollen. Meine sicherlich christlich geprägte Antwort wäre, es ist Gott. Woran liegt das Ihrer Ansicht nach, dass die Leute es nicht wissen? Ich meine, wenn man weltweit guckt, sind ja, ich weiß nicht, was die Prozentzahlen sind, aber lassen Sie mich schätzen, etwa 80 Prozent der Menschen sind ja irgendwie religiös, vielleicht sogar noch mehr. Jeder hier in unserem Kulturkreis hat schon mal von Religion gehört. Das heißt, Sie wüssten, an wen Sie sich wenden können, trotzdem wird es ein Selbstgespräch. Das ist zum einen die Frage, habe ich diese Adresse, weiß ich um diese Adresse? Und das andere ist, weiß ich, wie ich Gott adressiere? Und bei mir war es so eng, dass ich auch, ich habe mich gelangweilt im Gebet. Und beten war für mich eine Pflichtübung. Und in dem Moment, wo Kommunikation mit meinem Schöpfer, mit meinem göttlichen Gegenüber langweilig wird, zur Pflichtübung wird, das ist wie eine Kommunikation in einer Partnerschaft. Wenn das nur noch langweilig und Pflicht ist, läuft was schief. Sie haben gerade gesagt, man kann vieles falsch machen. Wie geht es denn richtig? Kann man das ausdrücken? Was wäre richtiges Gebet? Ich möchte es für andere nicht festlegen. Für mich wäre ein Zeichen davon, dass ich es richtig mache, ist, dass mich diese Kommunikation mit Gott erfüllt. Und dass ich den Eindruck habe, hier gibt es ein Geben und Nehmen, hier gibt es ein Reden und Hören. Für viele ist Beten, Reden mit Gott. Da bin ich schon zufrieden, wenn meine Kommandanten früher die Antwort gegeben haben, Beten ist Reden mit Gott. Das ist super. Halbe Punktzahl. Aber Kommunikation ist ja mehr als nur Reden. Kommunikation ist auch Hinhören, ist Interagieren, ist Geben und Nehmen. Und wenn ich das Gefühl habe, in meinem Gebet passiert genau dieses, ein Geben und Nehmen, ein Miteinander, ein Weg gehen, dann würde ich sagen, gelingt Gebet. Was gehört denn in diese Kommunikation hinein? Sie haben vorhin gesagt, Sie waren unzufrieden, als Sie immer den normalen Kram sozusagen vom Vortag wiederholt haben, dass es so ein Bitten war, mach doch dies oder das. War Ihnen das zu wenig oder bedeutet das, das ist eigentlich etwas, was da gar nicht reingehört? All diesen Alltagskram, diese Kleinigkeiten, wie, ich meine, es wird ja Leute geben, die sagen, mach, dass ich heute den Zug kriege oder irgendwie so etwas. Natürlich gehört das dazu. Also Bitten ist eine ganz ursprüngliche Form des Betens. Luther sagt, wir sind Bettler, das ist wahr. Das war eines seiner letzten schriftlichen Worte, die er uns überliefert hat. Das Bittgebet ist ein sehr wesentliches, weil es zeigt, dass wir bedürftige, angewiesene Wesen sind. Aber es ist eben nicht nur. Und in der deutschen Sprache ist es schon seit den alten Germanen, als die ersten Missionarien ins germanischen Land kamen, die suchten nach einem Wort für Beten und es gab keins, weil die Germanen haben nicht gebetet und haben sie das genommen, was am nahesten dran war. Und das war Bitten, Beten, Bitten. Und seitdem haben wir das in unserer DNS, Beten ist Bitten. Und den Fächer würde ich weit aufmachen. Bitten ist wichtig, es ist ein elementarer, und es ist nichts, nichts, nichts in meinem Alltag ist unwichtig für Gott. Aber es ist nicht nur Bitten. Da muss man gerade nachfragen, die Germanen haben nicht gebetet, aber die hatten doch ihre Götter. Die hatten Götter, aber die haben nicht zu denen gebetet. Die haben Trinksprüche gefeiert, die haben, wie in so einem magischen, versucht sich das irgendwie gewogen zu machen, die haben Opfer gebracht, alles Mögliche. Aber sie hatten keine Vertrauensbeziehung, in der sie vertraulich gebetet haben. Okay, das beschreibt schon mal ein bisschen, wie sie Gebet verstehen. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt, vielleicht hätte so ein alter Germane gesagt, na klar bete ich bete darum, dass sie nach Valhalla kommen und so weiter und so weiter, dass sie Schlacht gewinne oder ähnliches. Die Götter seien mit uns, das könnte ich mir vorstellen. Ja, allzu sehr habe ich mich da nicht rein vertieft, aber ja, gut. Es ist ja auch nur deswegen wichtig, weil es davon erzählt, wie sie Gebet verstehen. Wir können jetzt mal auf dieses Jahr kommen, in dem sie sich diese 50 Formen vorgenommen haben. Warum 50? Ich habe irgendwann mal dummerweise in den 90er Jahren diese These ins Leben gerufen, in zwei meiner Bücher, dass ich gesagt habe, es gibt 50 Weisen des Betens. Und wir lernen in unseren Gemeinden höchstens eine Handvoll davon. Und wenn ich mit diesen fünf Gebetsformen zufrieden und glücklich bin und ich genau das erlebe, geben und nehmen, reden und hören, dann ist das super. Aber was ist, wenn ich Lieder mit Orgel oder Gebetsgemeinschaft in bestimmten Kreisen oder Abendmahl oder was die Formen sind, wenn ich damit nicht in Kontakt mit Gott komme? Dann lautet die klassische Antwort, dann bist du nicht fromm genug, nicht heilig genug, dann machst du irgendwas falsch. Und die sind nicht geistlich verkehrt. Die haben einfach den Fächer nicht weit genug aufgemacht. Jetzt haben Sie, ich glaube, Sie haben gerade sechs Formen benannt. Ich habe in meiner Anmoderation fünf genannt, aber Sie sprechen von 50. Da fehlen also immer noch mindestens 44. Mir ist es schwer gefallen, diese fünf zusammenzubekommen. Also was würden Sie da noch zählen? Also faktisch habe ich über 100 gesammelt, aber nur 50 ausprobiert, um meine These zu belegen. In meinem Buch hinten habe ich auch etwa 130 aufgeführt und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt mit Sicherheit mehr. Ich bin Systematiker von Hause aus, das heißt, ich arbeite gerne mit Kategorien, Schubladen, wenn Sie es so haben wollen. Wenn ich verschiedene Kategorien benenne, Grundgebetsarten, Lob, Bitte, Danke, Fürbitte, Klage. Wenn ich körperliche Gebetsformen nehme, Gebetsgesten, Gebet beim Laufen, Körpergesten. Man kann Vaterunser in Gesten beten, kann beim Joggen beten, was auch immer. Das heißt, wenn ich die Hand so halte, ist das schon eine Gebetsform? Wenn ich sie so halte, ist das auch eine Gebetsform? Jetzt nicht per se, aber ich kann mich mal reinspüren in die einzelnen Bewegungen. Und das habe ich gemacht und versuche mal die Klassiker. Was heißt das eigentlich, wenn ich die Hand so eine Schale forme oder wenn ich sie erhebe? Was passiert da? Was macht das mit mir? Was drücke ich mit so etwas aus? Also körperliche Gebetsformen, individuelle und gemeinschaftliche Gebetsformen, Beten mit Bibel, kreative Gebetsformen, Malen, Skulpturen, was auch immer. Künstlerische Geschichten, meditativ hatte ich, glaube ich, schon genannt. Also ich habe zehn verschiedene Kategorien benannt und habe versucht, jeder dieser Kategorien mindestens zehn Gebetsformen zuzuordnen. Dann hatte ich meine 100 zusammen. Und dann habe ich auch, was ich rechtshemisphärisches Beten nenne, einfach so total crazy. Also wir haben ja zwei Hirnhemisphären. Die eine ist analytisch, logisch, rational. Das ist die, in der ich mich am liebsten aufhalte. Und von daher war es für mich da auch mal wichtig zu gucken, was hat die andere Gehirnhälfte bereit? Und was kann man da wirklich an Dingen machen, die erstmal irrational klingen? So Wiederholungsgebete, das Jesusgebet der Ostkirche. Also die würden jetzt vermutlich nicht mögen, wenn man sagt, das ist rechtshemisphärisches Beten. Aber es ist so Zungenreden, das Gebet des Jabets. Was ist das? Das Gebet des Jabets. Kennen Sie gar nicht? Nein. Wir sind bei Bibel TV und Sie kennen nicht das Gebet des Jabets. Es ist ein Gebet aus dem Alten Testament, das ziemlich Furore gemacht hat. Weil es heißt, jetzt erwischen Sie mich auch auf dem falschen Fuß. Bin ich beruhigt. Ein festes Gebet, ja vor allen Dingen, ich bete es ständig und immer wieder, wo ein Mensch, der in Schmerzen geboren ist, Jabets heißt Schmerz, die Mutter gibt ihm diesen Namen, weil sie sagt, ich habe dich unter Schmerzen geboren. Und er sagt, Hilfe, erweitere mein Gebiet, halte Schmerz und Unglück vor mir fern und lege deine segnende Hand auf mich. Ist ein bisschen anders. Es ist im Grunde genommen ein sehr selbstbezogenes, sehr egoistisches Gebet. Das Charmante ist im Chronikbuch, wo es uns überliefert ist, im Chronikbuch Kapitel 4 heißt es, und Gott erhörte sein Gebet. Das haben Leute, ich sage mal, aus dem Bereich des Wohlstandsevangeliums, wie ich finde, ziemlich missbraucht. Und auf der anderen Seite hat dieses Gebet eine Segensgeschichte und schreibt eine Segensgeschichte. In welchem Sinne ist es missbraucht worden? Dass Leute gesagt haben, wenn ich das nur häufig genug bete, werde ich reich, schön und sexy. Und das Wohlstandsevangelium klappt nie. Also klappt nur für einige. Die haben an der Spitze dieses Lawinensystems stehen. Also, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen freche Aussage. Und trotzdem, ich habe es ausprobiert, weil ich auch erst mal Vorurteile hatte und dachte, und es war für mich auch charmant. Dann bleiben wir doch mal dabei, denn wir können ja nicht diese 50 Formen durchgehen und machen wir es mal an dieser einen Mal durch. Wie sah das denn dann aus? Also Sie sagen, Sie haben es praktiziert in der Woche täglich, zehnmal am Tag? Oder wie konnte das, wie haben Sie es gemacht? Ich habe dieses Gebet erst mal versucht, für mich zu begreifen. Das besteht aus vier Satzteilen und habe jeden einzelnen Satzteil erst mal versucht, jetzt exegetisch zu begreifen. Also da bin ich theologisch. Ich versuche erst mal zu verstehen, was da kommt. Habe mir das im Kontext angeschaut. Weil bevor ich dann in die rechte Hangernemisphäre auswische, muss ich erst mal verstehen, was mache ich da? Ich verstehe nicht das Letzte. Ich habe gesagt, okay, so und so kann man das auch verstehen. Man kann es wahrscheinlich missbrauchen. Also bin ich relativ sicher, dass es missbräuchlich behandelt wird. Aber ich habe, als ich es erst mal theologisch für mich begriffen habe, dann angefangen tatsächlich mehrere Minuten hintereinander zu beten. Mein Versuch war, das immer so einen Tag zu praktizieren und am nächsten Tag dann tagebuchartig niederzuschreiben. Bei so einem Wiederholungsgebet wird man nicht sehr viel merken. Das war so eine Übung, die sich dann über eine längere Zeit hingezogen hat und ich es immer wieder mal probiert habe. Und ich habe mich über dieses Ausprobieren dieses Gebetes angefreundet mit dem Gebet, gegen das ich im Vorfeld Vorurteile hatte. Gegen dieses Konkrete oder galt das für alle Formen? Ja, gegen dieses Konkrete. Also ich habe sehr viel mehr inneren Kontakt zu diesem Jesusgebet der Ostkirche. Das ist ja im Grunde genommen auch ein Wiederholungsgebet. Es ist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, erbarm dich meiner. Das immer und immer zu wiederholen, da ist man ja auch schnell mit Argumenten aneinander. Es ist nicht plappern wie die Heiden, sagt Jesus nicht in der Bergpredigt genau, das sollen wir nicht tun, dass wir Gott mit der Menge unserer Worte versuchen, um uns zu beeinflussen und zu beeindrucken. Bis ich gemerkt habe, diese Gebete wirken nicht so sehr auf Gott, durch die Wiederholung. Sie wirken auf unser Unterbewusstsein, sie wirken auf uns selber. Und ich lasse das Evangelium an mich stärker rein durch Wiederholungsgebete. Das ist ja eine spannende Frage. Also auf wen wirkt das Gebet? Sie haben es gerade gesagt, im Grunde gibt es ja drei Möglichkeiten. Auf Gott, auf mich selbst, auf die anderen. Würden Sie eine dieser Formen ausschließen oder würden Sie sagen, alle drei können funktionieren? Was haben Sie festgestellt? Welche Gebetsformen sind eigentlich diejenigen, die in der Mehrheit sind? Und ist es wirklich so, dass man Gott mit dem Gebet beeinflussen kann? Ich bin fest überzeugt davon. Auf wen wirkt Kommunikation? Wenn wir miteinander kommunizieren, wirkt es auf mich, auf Sie? Oder wirkt es auf die Menschen, die sich das jetzt im Fernsehen anschauen? Ich glaube, Kommunikation wirkt immer in alle drei Richtungen, in unterschiedlichen Gewichtsanteilen. Aber bedeutet das, dass man Entscheidungen beeinflussen kann, die Gott möglicherweise schon getroffen hat? Ja, kann ich nur so verstehen von der Bibel her. Also nehmen Sie Abraham, der Gott darunter feilscht, wie viele Leute in Sodom und Gomorra überleben dürfen. Also am Schluss klappt es dann sowieso nicht. Aber es ist irgendwie mit orientalischem Witz geschrieben, zweifellos. Aber einer der entscheidenden Pointen ist doch wirklich, dass Gott sich beeindrucken lässt und beeinflussen lässt. Und zwar nicht von der Menge der Worte. Nicht von, ich weiß nicht, meinen Verdiensten, von der Anzahl von Minuten, die ich bete oder so etwas. Sondern einfach, wie man sich im Dialog beeinflussen lässt. So wie meine Kinder, als sie klein waren, wenn sie um irgendwas gebeten haben. Ich hatte erst mal vor, das ihnen nicht so zukommen zu lassen. Aber die haben dann so gequengelt. Manchmal denkt man, okay, jetzt nerven sie so. Auch dazu gibt es ein Gleichnis von Jesus, von der bittenden Witwe. Und manchmal sagt man, das ist jetzt so treu. Oder manchmal hat man einfach Gönnerlaune und sagt, ja, das machen wir jetzt so. Ja, natürlich. Also die Interaktion mit Gott ist echt. Jedes Gespräch ist echt. Ich würde doch mit Gott nicht kommunizieren wollen, wenn das alles schon in einem festen Plan vorgeschrieben wäre. Ja, also meine Vorstellung wäre, ich gebe zu, natürlich gibt es diese biblischen Stellen. Aber wäre es nicht, ich empfinde es eher so, dass das Gebet etwas mit Vertrauen zu tun hat. Dass all die Dinge, die geschehen, ich in die Hände Gottes legen kann. Und es dann im Grunde so ist, wie bei Jesus am Kreuz. Er sagt, also in deine Hände lege ich meinen Geist und nun mach du was draus. Auch im Sinne von, ich weiß doch gar nicht, was richtig und gut ist für mich. Und möglicherweise stehen ja auch alle Entscheidungen schon fest. Weil es bei Gott keine Zeit gibt und Gott ewig ist ja. Also im Grunde ist alles schon was, so würde ich sagen, was bis zu unserem Lebensende geschieht und darüber hinaus steht eigentlich schon fest. Und ich bilde mir nur ein, ich könnte das beeinflussen. Das wiederum würde sagen, dann kann ich Gott auch nicht beeinflussen. Verstehen Sie, wie ich meine? Aber darauf beruht natürlich unser ganzes Fürbittgebet. Also lieber Gott, mach doch dies und das. Aber da ist dann auch ihre Erfahrung, wenn ich das richtig mache. Dass es dann auch in Erfüllung geht oder wie muss ich das feststehen? Nicht, wenn ich das richtig mache. Ich weiß ja gar nicht, wie ich es richtig mache. Aber es ist meine Überzeugung, dass, also es kann sehr oft passieren, dass Jesus in Gethsemane fügt sich am Schluss in den Willen Gottes, der feststeht und der so groß und so wichtig ist, dass Jesus diese Bitte, lass diesen Kirchen mir vorüber gehen, nicht erfüllt bekommt. Und so gehen Gespräche aus. Mal ist der eine überzeugt, mal der andere. Dass Gott in seiner Weisheit irgendwo noch Spiel lässt dafür, dass ich mitwirken kann. Wenn ich davon nicht überzeugt wäre, müsste ich keine einzige Predigt halten, weil ich weiß, der liebe Gott macht das alles viel besser und kann das viel besser. Dass der Mensch mitwirken kann am großen Plan Gottes ist Grundlage unseres christlichen Handelns und unseres christlichen Betens. Dass man sich immer wieder fügt, ja Gott sei Dank kann ich mich vertrauensvoll fügen, aber wenn das immer das Ergebnis wäre und ich den Eindruck habe, im Grunde genommen muss ich immer nur verstehen, was der liebe Gott machen will und ja und ahmen sagen, das ist eine sehr arme Form von Kommunikation. Das glaube ich nicht. Gut, sie könnte auch erlösend sein im Sinne von, darum muss ich mich nicht kümmern. Aber gut, also Ihre Erfahrung ist ein anderes. Ich würde es bequem nennen. Es geht ja um Ihre Erfahrung. Sie würden es bequem nennen? Ja, also erlösend, wenn ich ein Ja finde wegen Gottes, hat das natürlich was Erlösendes. Aber wenn es immer nur darum geht, dass ich Ja sage, Ja sage, Ja sage und nicke und mich füge, nee, das widerspricht der Bibel. Also wenn Paulus auffordert, betet für uns, dass Gott eine Tür auftut, warum macht er solche Aufforderungen? Wenn das eh alles im göttlichen Plan beschlossen ist, braucht es keine Fürbitte, braucht es keine Bitte, dann passiert das doch eh alles. Und das fände ich, nee, also das ist nicht mein Bild von Geschichte. Man merkt auf jeden Fall, dass da viel Herzblut drin ist. Gibt es eine Gebetsform, bei der Sie gesagt haben, also das war jetzt viel zu schwierig, das konnte ich eigentlich gar nicht. Und die habe ich auch, seitdem ich das ausprobiert habe, nicht wiederholt. Schwierig nicht, ich habe versucht, einen virtuellen Gebetsraum zu besuchen, wo man dann irgendwie virtuell mit der Maus eine Kerze anzünden konnte und sich irgendwie eine Ikone anschauen und so. Das war nicht meins. Also ich bin sehr technikaffin, habe kein Problem, schon sehr, sehr früh mit allen möglichen Formen von Technik gearbeitet, aber das ist irgendwie an mir draußen vorgeblieben. Schwierig, ja alles, was meinem naturell widerspricht, also all diese kreativen Dinge. Ich habe zum Beispiel eine Ikone gemalt, obwohl ich überhaupt nicht malen kann. Das war ein total cooles Erlebnis. Schade, dass Sie die nicht mitgebracht haben. Ja, seien Sie froh, an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Es war echt eine Gotteserfahrung, aber nicht, weil Ikonen malen sowas Tolles ist. Warum war es eine Gotteserfahrung? Weil ich wirklich, ich war völlig verzweifelt über dieses Ergebnis. Das soll ein irrespiritueller Prozess sein und eine Anbetung führen. Ich bin ins Fluchen geführt worden und habe das Ding dann stehen lassen. Am nächsten Morgen bin ich aufgebracht und fand diese Ikone auf meinem Schreibtisch und sagte, gar nicht so schlecht. Und das Bild, das ich da selber gemalt hatte, in aller Schlechtigkeit, in aller künstlerischen Fehlerhaftigkeit, hat mich plötzlich berührt, weil ich einen segnenden Christus gemalt habe. Also nichts, was ich jemals vorzeigen wollte. Aber wenn man die Story dazu kennt, muss man sagen, ja, das hat mich berührt. Aber ich würde es nie wieder machen. Ist nicht meins. Gibt es Formen, die jetzt zu Ihrem regelmäßigen Gebetsleben dazugehören? Wiederholungsgebete, die Perlen des Glaubens. Ich habe so eine Art Alltagsliturgie, wo ich an fünf verschiedenen Punkten am Tag feste Gebetszeiten einführe. Also ich, manche Leute fragen mich, wie viel betest du am Tag? Ich sage, ich bete den ganzen Tag. Paul Watzlawick sagt, man kann nicht nicht kommunizieren. In dem Moment, wo ich mit Ihnen hier am Tisch sitze, wir kommunizieren, selbst wenn wir kein Wort sagen. Und wenn Gott gegenwärtig ist, man kann nicht mit Gott kommunizieren. Selbst im Schweigen und, und, und. Für mich ist das Leben Gott hinhalten und so leben in dem Bewusstsein, Gott ist bei mir, ist Gebet in allen Höhen und Tiefen. Und trotzdem verselbstständigt sich oder verflacht das Ganze, wenn ich nicht im Laufe eines Tages verschiedene feste Gebetszeiten einführe. Also das ist Religion. Eine Art Selbstverpflichtung. Ja, um nochmal zu verankern, morgens nach dem Aufwachen habe ich einen bestimmten Punkt. Ich wache immer auf mit dem Psalm 118, das ist der Tag, den Gott für dich macht, dass du dich dran freust und fröhlich drin bist. Und ich fange an mit der Frage, worauf freue ich mich? Und mein Gehirn ist noch so schläfrig, das fragt nicht zurück, wer hat denn gesagt, dass ich mich freue, sondern versucht Antworten darauf zu finden. Wenn ich dann in meinem Büro bin, den Computer hochfahre, einen Kaffee, dann habe ich einen zweiten Punkt. Ich habe mittags, wenn die Glocken läuten, bei uns die Leute läuten, so einen Punkt. Ich habe nachmittags, wenn ich nach Hause fahre, einen Punkt. Ich habe abends so einen Punkt. Fünf feste Gebetszeiten am Tag. Kurze Sachen, manchmal wird es ein bisschen länger, die auch bestimmte Inhalte haben, die mich in dieser, wo ich das Gefühl habe, ich bete immer. Jetzt nicht so, sondern ich lebe in der Gegenwart Gottes. Was nicht bedeutet, dass ich die ganze Zeit heilige Dinge tue, aber ich weiß, Gott ist da. Ja, aber fünfmal am Tag so einen Punkt zu haben, das ist was, das kann man sich leicht angewöhnen und das ist schön. Als allerletztes für jemanden, Sie haben das ja angefangen, nachdem Sie schon ein reichhaltiges Gebetsleben hatten, auch wenn es Ihnen an einem bestimmten Punkt langweilig gewesen ist. Wenn es jetzt jemand wäre, der das jetzt neu entdeckt, was würden Sie dem empfehlen, wie soll man mit dem Beten anfangen? Ich würde sagen, gib dich nicht zufrieden, wenn du nicht zufrieden bist. Das ist erstmal das eine da. Da ist Raum zum Wachsen. Es gibt mehr. Also Leute, die zufrieden sind mit dem Gebetsleben, sagen, ich habe ein Geben und Nehmen, Interaktion mit Gott, ändere nichts. Alles bestens. Aber wenn du merkst, du bist irgendwo an der Grenze und es dreht sich alles im Kreis oder so, dann mach den Fächer auf und studiere, beziehungsweise mach dich sachkundig, was gibt es für Formen des Gebetes darüber hinaus. Und dann versuche mal, was dir Spaß machen würde. Immer mit dieser Absicht, nicht nur es macht Spaß, sondern ich habe einen Eindruck, hier komme ich in eine lebendige Beziehung, in eine Kommunikation mit Gott. Und dem gib nach und probiere öfter mal was Neues, damit es nicht sich einfach so in Routine erstarrt, immer wieder mal was Neues probieren. Herr Douglas, vielen Dank. Ich glaube, dass Sie manchen Zuschauern neugierig gemacht haben, das eine oder andere mal auszuprobieren. Und das wäre ja großartig. Danke, dass Sie hier waren. Alles Gute Ihnen. Dankeschön. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt, Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.